SOSA! Sie haben doch ein Kind für mich verdient. Nein, ich... Ich kann Sie verstehen. Sie sind jung. Ja, Sie wollen das Leben genießen. Vielleicht waren Sie überfordert. Ich mein, Ihr Mann hat Sie sitzen lassen, und dann hatte sie auch noch so viel gewohnt. Aaaaaah! Ich bin... Einfaches Löhren. Ich bin... Ich hab die...